So, dann gehen wir mal auf die Bühne hier, wenn wir da gut reden. Ruby! Du hast ja viel gesagt, gib mir die Frage. Achso, jetzt sind wir der John Wick hier, grüß dich! Das können wir machen. Naja, und bis jetzt? Das nehmen wir das Mikro, ne? Abfahrt! So, Johnny! Gönn die Augen! Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß! Höre! Johnny, warte! Mach das nicht! Du kannst immer noch zurück! Das ist mir also kein geworden. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Komm her, Mann! Scheiß auf die Band! Nicht deine Leute, nicht deine Szene! Mach dein eigenes Ding! Mistkerb! Der K1, Alter! Halt die Fresse! Na, ist das für ein bisschen, oder? Für dich! Bist im nächsten Leben, mein Freund! Na, oder? Du bist spät! Bisschen! Ich liebe es, wenn du sauer bist! Bringt mein Südstaadlerblutentwallungen! Silverhand? Hey, Scheiten! Bring uns in die Luft! Hier, setzt das auf! Und nimm es nicht ab! Klar? Love like fire! Fire! Bringt schnipser, so ne? Und gleich boom! Ne, doch nicht! Die Häfen brennen! Pacifica ist abgeschnitten! Nichts läuft! Militär auf den Straßen in Watson! Huren Söhne! Was da draußen abläuft! Waren wir das? Jarmys Idee! Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet! Hengt vom Tower! Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson! Schluck die Gewissensbitte runter! Schluck die Gewissensbitte! Zieh in den Reichweiten! Keine Zugang! Oh mein! Lass mich auch solche Kugeln überhaupt! So... Sie schießen die nur noch Platz bei uns! Nein, ich strahne! So, dann schau mal auch weg! Ja, guck mal, jetzt... Schon wie groß ist es im Regeln, ne? Na hier! Jetzt gibt's das alle, he! Was ist hier aber jetzt? Alle, das muss doch schon den Weg ja selber machen! Mensch! Wie spätsel ich bei Call of Duty mit dem Shopper gar nachher! So! Oh! Irgendwas vergessen? Los! Weiter mit euch! Murphy! Ihr habt den Zugangspunkt gefunden! Los! Das ist für eine kleine Pumpe, ja! John! Du denkst an den Klang! Gnadung in den Vorstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen! Die Explosion erschüttert das Fundament! Turm stürzt ein! Chaos! Geschrei! Abspalten! Wir haben nur ein kleines Zeitfenster! Bring mich ein! Hm! Das ist schon schön Action, oder? Fliegen Vögel! Fressen Katzenmäuse! Scheißen Rattenflöhe! Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy! Mach schon! Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen! Damit wir anfangen können! Meine Fresse! Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken! Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet! Und das sage gerade ich! Da los! Noch mehr! Uh, der hat gesmackt! Uh, ja! Hier ist wenigstens ein Headdy! Ein Headdy! Oh ja! Ja! Das scheint nicht vor Waffen, oder? Schöne die Öffnung! Hm! Zünd den Knall auf! Bombe ist bereit! Saka, Elitium! Anlass! Los! Weck! Schieß die Kabel durch! Ach so! Dann sagt das doch! Wir sind gleich da! Noch nicht fertig! Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen! Ich wusste es! Ich wusste es! Verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output! Du würdest das nicht verstehen, Rogue! Du hast vier verfickte Minuten! Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger! Tür ist offen! Arasaka-Wichser im Anmarsch! Wo seid ihr um? Ich guck dich, Spider! So wie der Rest der Welt! Ah! Ah! Ich gucke das! Ich gucke das! Ich guckee das! Hier bin ich aus der Unendeteil, wo die Map zu laufen hat, aber das macht Spaß! Ich gucke das wo es Op auf, wo die Map zu laufen hat, das macht mir Spaß! Hallo? Das müssen wir zumachen doch! Gleich am Zugangspunkt Nette Eisbrecher aus dem Ausland Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch! Hilfst du uns oder nicht? Weben, Spinnen, Spinnenweben! Zeit ein paar Fliegen zu fangen! Danke Murphy! Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyber-Strohsack! Wir sind im Fernsehen! Seht! Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist! Die Terroristen erklärten ein, Monument des Konzern-Kolonialismus stürzen zu wollen! Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde! Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation... Fertig! Und jetzt raus da! Jetzt wird aber gleich... wird gleich leuchten, das Ding gar nicht! Sie kommen hoch! Sofort zum Dach! Schnell! Na moin! Jawohl! Ne genau! Jetzt kommt der Boy! Der hat mir noch gefehlt! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange! Lauf, Johnny, so schnell du kannst! Boah! Gerade so, ja! Oh, ja! Du! Überstreich! Oh moin! Ich hab's doch gesagt, Juniboy, eines Tages mach ich dich fertig. Ich hab's doch gesagt, dass ich hier nicht falsch bin. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Dann sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dann wiederholt sie. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Wieso hast du das getan? Das kann ich selber lesen. Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Die Menschen sind schuldig. Sie sind schuldig. Sie sind selbst schuldig. Aber Schauer schuldig. Schauer ist schuldig. Schauer ist schuldig. Aber sie sind schuldig. Nach dem Grund auch. Schauer ist schuldig. Ich hab das Gefühl, dass das Ding leid. einfach mal runterkommt, ja? Der ist so schwer. Ähm. Okay. mit der mission machen wir im nächsten video bleibt dran